So, ich würde mich rücken, bevor wir weitergehen, nochmal eben kurz in den Dorf hier umführen. Mhm. Das hat ja super geklappt. Mit dem Ablenken des Schusses. Ja, richtig. Genau, da haben wir den, den, äh, die Nebenquest gemacht. So, da können wir uns direkt schon mal in den Heiltrank reindrücken, ne? Ja. 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 Ja sehr. So, warte mal. Mehr ist jetzt hier nicht? Dafür sind wir jetzt hier hingegangen? Krass. Gibt der da mal zum Sammeln oder so? Ja, haha. Verarschen. Okay. Okay. So, da kommen wir wieder zurück ins Dorf. Daneben. Daneben. Verste. Wow! Ast rein. Okay, so. Da geht's weiter. Wir haben uns aber hier noch nicht umgeguckt gehabt. Äh, nein. Saukopf. Diese Münze kann sich zwei Felder weit bewegen. Sie kann sich dann aber in der nächsten Runde nicht bewegen und verbarrikadiert sich selbst. Okay. So. So, warte mal. Ja, da sind wir ja zur... Okay. Okay. Scheiße. Sooo, da oben ist aber noch irgendwas. Da. Oh. Hmm. Interesting find. Okay, da kommen wir nicht hin. Gut, da sind wir dann wieder. Okay, 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 okay. Sooo. Okay. 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 Warum können wir hier oben landen? Okay, hier ist aber nichts mehr zum... ...einsammeln oder so. So. Wo sind wir denn jetzt? Warte, guck mal hier. Hier ist ein Schrein. Wie kommen wir denn da hin? Oh, der ist doch da, ne? Ja. Da oben. Wie kommen wir da hin? Oh, da oben läuft auch noch einer lang. Hä? Hä? Okay. Hier ist ein Schrein. Da oben ist er. Entfernen. Da oben ist er. Pass auf, wir rasten nochmal eben kurz. Ja, das ist der Kommer, da oben ist er. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? So, den haben wir schon mal ausgeschaltet. Schreine der Inaya. Die oralten Schreine der Inaya sind der Göttin des Lebens gewidmet. Monumente, von denen eine stärkende Energie ausgeht. Interagiere mit einem Schrein der Inaya, um deine maximale LP zu erhöhen. Deine LP werden dabei vollständig regeneriert. Finde auf deinen Abenteuern weitere Schreine der Inaya, um deine maximale LP noch weiter zu erhöhen. Der Inaya, um die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern. Der Inaya, um die Abenteuern, um die Abenteuern. Die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern. Die Abenteuern. Die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern. Und die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern, um die Abenteuern. Okay, jetzt haben wir wieder keine Muni. Geil. So... Erstmal umkupen Okay Cool Warte mal Können wir da oben hin? Ja perfekt Aber da ist was Da oben Da war was am leuchten Wir sind arm Oh Schon wieder so ein kack Vogel ey So Ach guck mal Wieder so ein Knopf Sooo Das ist der Hauptweg Ne Warte warte Das ist rechts von uns Führt zu einer Zu einer anderen Stadt Gucken wir uns an Auf 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 Okay, das wusste ich nicht, dass der Arsch explodiert. Ja. Oh, guck mal da. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, 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 guck mal. Bis auf die Hitze eigentlich ganz gut. Wir warten bis mit der Elden Ring. Oh, guck mal. Boah, was nehmen wir? Die Nahkampfangriff-Reichweite oder das mit dem Schwarzpulver? Testen wir mal. Noch eine Trophy? Ja, nice. So. Okay. Wir nehmen das erstmal mit der Reichweite. Oh, das ist ja absehbar, du. Überschaubar. Oh, fuck. Da oben ist noch einer. Oh, fuck. Da oben ist noch einer. Mal, da oben ist noch eins. Nein! teil 2 ja ich wollte es mir auch holen ich warte aber noch auf ich warte aber noch auf ein angebot deine mutter ich weiche aus trotzdem der bastard nicht nein ja genau so ritter die verrückten von unseren toren suchen nach dem relikt das hier verwahrt wird verteidigt diesen ort bis zum letzten blutstropfen wächter olek der gute alte olek so gucken wir da oben haben wir wieder so eine scheiße warte mal jetzt habe ich gar nicht geguckt ob da noch was ist okay So, unser Leben sieht scheiße aus. Mehr als nur Scheiße. Chill doch mal. Bastard. Abo. Jawoll. Ja, bleibt mal schön sitzen. Ja, bleibt mal schön. Was steht hier nach Elden Ring bei dir an? So, was haben wir hier? Ein Brief des Magus. Wir haben eure leises Gemurre vernommen und sind darüber nicht erfreut. Okay, wenn er das sagt, ne? Scheiße. Der hat uns gesehen. Okay. Das ist ein Schütze, ne? Der macht Bumm. Okay. Da können wir nicht rein. Oh, nicht runterspringen. Ah, ja. Upgrade-Material. Ein Savepoint wäre mal nicht schlecht, ne? Kupfertale. Einmal pro Spiel kann diese Münze den Platz mit einer benachbarten Münze des Gegners tauschen. Dieser Zug kann beim Angreifen kein Dreieck bilden. Okay. So, da waren wir. Anki. Anki. I heard you fine the first time. You're a god. How come I've never heard of you? Perhaps you've heard me by my true name. Anki. People tend to mishear it. Anki. No. Anki. No. I like Enki better. Okay. So, wir werden auf jeden Fall rasten. So, jetzt haben wir nämlich das Gewehr nämlich wieder voll und Heiltränke. Das ist doch ein Boss hier, oder? Dahinter ist nämlich eine Truhe. Das war das. Ich bin Aun. Ich bin dabei. Oh, ich bin hier, der richtige Winz. Das war's. Ich hab deine Lauf. Was ist das Chirps. Ich bin der Räst, dass ich richtig gesehen habe. Ich hab die Lauf. Youtbe! Last mal. Ich hab dich. Ich hab dich! Ich hab dich. Was ist das? Was ist das? Ich hab dich sagen. Ja, ich wusste es. Oh, scheiße. Cool. Das wird lustig. Kein Scheiß-Buddy. Ja, ich wusste es. Professor, keine Angst. So gegen 12 habe ich ihn gelegt. So gegen 12 habe ich ihn gelegt. Oh, nein, nein, kein Scheiß. Können wir uns nicht einfach die Truhe holen oder nach hauen? Ah, Mann. Aber die Trophäe für 10 Mal gestorben haben wir schon mal. Ja, haben wir das schon mal abgearbeitet. Deswegen bin ich jetzt so oft gestorben, weil ich die Trophäe schon mal haben wollte. So, jetzt können wir ernst spielen. Brudi, ich zeig's dir dir. Brudi, ich zeig's dir, ich zeig's dir, ich zeig's dir. Ja, die hätten ja ruhig Sterb-Tausendmal machen können. Die hätte ich auch rucki zucki. So, wo ist mein... Ja, halt's Maul. Ja, ich zeig's dir, ich zeig's dir. Ich zeig's dir, ich zeig's dir. Und ich zeig's dir. Die ist sich ausgewichen, die Alte. Ja, und sonst so, Professor. Ich hoffe, du hast genug Energydrinks am Start. Könnte ja noch ein bisschen dauern hier. Okay. YAKOME Nein! Mann! 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 ja ich glaube damit müsste es auskommen hoffe ich jetzt stehen wir die heute noch an achso ja alles gut ja habe ich schweige ja genau ich versuche mal hier so dem boss zu legen ach du scheiße ja 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 Das war's für heute. 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 Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab schießen gedrückt. Bye. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ich will jetzt aber die Punkte da nicht liegen lassen, ey. Ja, komm, ey. Ja, komm, ey. Ja, ich bin immer noch beim Gleichen. Ja, ich glaube, ja, das geht mir nur um die Kiste hier hinten. Die hinter dem Penner steht. Ja, ich bin immer noch beim Gleichen. 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 Was ist das? Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Oh, oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. 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 Uh... Okay. Das war's. 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 So, da oben. Das war's. Das war's. Konsole. Das war's. 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 Sooo. Das war's. Das war's.